So, Bilal, du hast am letzten Spieltag gegen Grüne Heide drei Tore gemacht und dir in den letzten Metern die Torjägerkanone gesichert. War dir das in dem Moment klar? Ja, also, am letzten Spieltag, die Leute nach dem Spiel, die zu mir gekommen sind und die sagten zu mir, ja, endlich Glückwunsch. Ich war die Torjägerkanone. Okay, 28 Tore in 28 Spielen. Hast du auch Wechselanfragen gehabt von anderen Vereinen? Ja, schon. Ich habe schon ein Angebot bekommen, aber Sussmus ist mein Verein. Die Mannschaft ist nicht nur über Fußball, wir sind wie eine Familie und viele uns unterstützen. Also, 15 Träger Erdinger Weißbier. Trinkst du alles allein oder kriegen deine Mitspieler auch was davon ab? Ich schaffe mir nicht alleine. Ja, ich bin einfach zu meiner Mannschaft, also ohne meine Mannschaft. Ich schaffe es sowieso nicht. Okay. Vergangenes Saison seid ihr Vierter geworden mit Sussimus. Was ist denn das Ziel für die Saison? Ja, unser Ziel für die Saison ist das Aufsteigen und ich bin auch froh. Okay. Letztes Jahr waren es 28 Tore bei dir. Diese Saison, 30 Tore Marke, knackst du die? Warum nicht? Schauen wir mal, ja. Okay. Okay. Okay.